Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Karmelsin und Purpur. Heute sehen wir uns an, was bekommt man eigentlich für den vollständigen Pokédex? Ist es nur der Schillapin, um die Shiny-Chance zu erhöhen oder gibt es noch mehr? Also wenn ihr erstmal auf den Pokédex geht, 400 ist das Maximum, mehr gibt es derzeit nicht. Und dann gibt es hier unten, ihr seht, auch noch Belohnungen. Da gibt es noch Nuggets, oh nice. Und am Ende auch noch Nuggets? Nee, lol. Was? Ein Ultraball? Ich habe einen Ultraball bekommen? Okay, das ist schon mal geil. Also ein Ultraball für Ultrabestien? Geil. Geil, geil. Eine Urkunde euch verdient. Biologieraum. Dein Profil wurde abzeigen, bevor du ins Pokédex hinzugefügt. Aha. Erhältst du einen Ultraball, ja. Glückwunsch, du hast den Pokédex vervollständigt. Nice. Nehme ich schon mal mit. Also alle heißt wirklich alle fangen. Neh? Also du musst auch die Legendären, das was du hast, gegen das andere tauschen von einem Freund. Äh, du brauchst alle legendären, anderen mystischen, schweren Entwicklungen, Vergangenheits-, Zukunftspokémon. Du brauchst wirklich alles. Du musst alles gefangen haben. Okay? Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Nichts auszulassen. Alle 400 müssen in deinem Besitz gewesen sein. Also du musst sie mal gefangen haben. Nicht nur angucken, sondern auch fangen. Das ist wichtig. Dann gehen wir zum Biologie-Lehrer. Da bin ich mal gespannt, was der Biologie-Lehrer uns gibt. Also eigentlich eine Urkunde, ja. Und eigentlich auch einen, einen, oh, falsch, Moment. Und eigentlich auch einen, äh, Schiller-Pin. Wehe, ich kriege jetzt keinen Schiller-Pin dafür oder so. Nur eine Urkunde würde mich jetzt, glaube ich, ein bisschen triggern. Ähm, Biologie-Raum. Weil, was ich in dem Spiel noch nicht gefunden habe, sind die Entwickler. Die sind diesmal irgendwie nicht im Spiel mit dabei. Okay, Biologie-Raum. Da ist er. Bei ihm kriegst du schon was für ein paar Pokémon. Für 10, 20, 50, 100, 200. Und dann sagt er dir bei 200, bei 400 darfst du wiederkommen. Alle registriert? Ja. Wow. Pox war vollständig. Unglaublich. Atemberaubend. Ich weiß. War auch viel Arbeit. Ähm, er hat was dubioses in einem Laden gekauft. Schiller-Pin ist da, Baby. Ja, man kriegt den Schiller-Pin wieder. Das erhöht, wie gesagt, ein mysteriöser, schillernder Glücksbringer, der hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, schillernde Pokémon zu finden. Geil. Nehme ich mit. Ich würde ja gerne was Besseres geben. Ne, danke, das reicht. Das wollte ich nämlich haben. Das wollte ich haben. Was ist meine Urkunde? Uh, der kommt auch noch. Ein Krawall hier los. Hm, der Schüler hier hat... Ist das denn die Möglichkeit? Ne, herausragende Leistung. Ja, wir sind alle überrascht. Hm, ne, ne, ne. Eine Urkunde. Ja, okay. Okay, wieder die Urkunde. Ganz klarer Fall. Das Übliche. Immer diese... Spieler-Rabbit. Dieses Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervorstehung des Pokédex. Herzlichen Glückwunsch, Gamefreak. Sieht schön aus. Würde ich mir gerne ausdrucken lassen auf einer Karte. Hahaha. Nehme ich mit. Äh. Die Urkunde kann man jetzt aufrufen. Ah, okay. Der Typ kann programmieren. Okay. Ein ganz persönlicher Schatz. Ja, ich habe meine vierte Schatzsuche abgeschlossen, sozusagen. Hm. Abenteuer ist noch nicht vorbei. Verschiedenen Pokémon begegnen. Ja, hoffentlich auch, ne. DLCs. Hm. DLCs, Leute. Ich will mehr neue Pokémon haben. Aber okay, das war's. Der Schiller-Pin. Geiler Scheiß. Freue ich mich. Wo kann ich jetzt die Urkunde mehr angucken? Äh. Notizen nur. Hm. Ah, hier. Okay, geil. Leute, das war's. Das ist die Belohnung. Schiller-Pin, um mehr Shinies zu bekommen. Leichter Scheiß zu bekommen. Ähm. Wir haben einen Ultra-Ball. Auch sehr geil. Und viele Items am Weg zu den 400. Gönnt sie euch aus dem Pokédex, aus dem Battle Pass. Und aus dem Biologie-Professor auf jeden Fall. Leute, viel Spaß damit. Bruder, fahr's gut raus. Ich freu mich. Ich geh jetzt shiny-brüten. Haut halt rein. Oh, ciao. 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 Ciao.